Herzlich Willkommen zu einem weiteren Highlight heute Abend hier in der Güttilie. Majestätisch kleidet sind Sie wieder unsere Läufe in Green, White, Yellow, Yellow. Ein neues Spiel und ein neues Kapitel. Nur ein Ziel, jedes einzelne Drittel. Zusammen unterwegs bis zum Meistertitel. Schlittschuhe, unser Reisemittel. Let's go! Liebe AC3-Familie, das sind die Ingenieur-Matsch-Trikos von dieser Saison. Vergessen nicht, am 6. August das erste Heimspiel gegen Basel. Feminine Gütti. Bis bald!